Musik Ich geh mal auf die Brücke und balle das Auto weg. Ah, das war verfehlt. Oh, Autos platt. Nats. Musst du zu mir kommen? Ja, ich komm zu dir. Okay. Ja, Moment, Moment, Moment. Da, wir da. Nats! Aber, sie dürfte jetzt schon wissen, dass ich da bin. Na, ich bin den Reload verkackt. Jetzt. Ah. Wollen wir den Switch machen? Wenn du willst. Weiß nicht, ob ich da rankomme. Jetzt kommen wir uns zurück da ran. Ja, nee, dann spawn mal bei mir. Pass auf. Naja, ich seh schon ein paar. Ah, einer ist genau gegenüber. Ja. Da kommen schon Granaten. Ich hab schon einen durchlaufen sehen. Ich geh ein Stück. Sieht das aus? Nee. Ja, okay. Da steht das genau gegenüber. Ich hab eine Granate reingebaut. Ach, ich hab mit dem RPG einen. Ach, genau das ist der. Der Evil Fridge. Ich hab noch zwei getötet. Und noch zwei mit dem RPG. Ich hab 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 noch zwei mit dem RPG. Oh, jetzt kommen sie schon ganz nah. Ich leg dich. Jetzt guckt er. Fuck. Ja. Ja. Nicht nur einer. Du hast dann diese Sniper rausgelaufen. Ah, das ist ein Aufklärer. Ich hatte mal ein Fläschchen. Tags. Jetzt können wir mal vorpushen und ihn mal ein bisschen unter Druck setzen hier. Okay, Mino. Ah, 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 ah. Hat dich. Hat dich? Okay. Ah, der hat mich auch. Wir haben ihn getradet. Killserie aufgehalten. 240. Nein. Er wird wiedergelebt. Ah. Ah. Dös. Ich hab einen Spawnbeacon da gesetzt. Genau. Oh, der kämpft ja noch. Der kämpft ja noch genau. Rechts wegs. Rechts wegs. Ich nutze wieder ein Amputier rein. Ja. Ich muss den halt direkt vor die Füße schießen. Ich muss nachladen. Nachgeladen. Ich warte ein bisschen mehr. Ja. Ah, da war nix. Falscher Rahmen. Okay, ich guck mal. Ich lauf vor. Äh, wiederbelebt. Hallo. Granate vor die Füße gefräst. Jetzt. Oh. Sorry. Ah, der Kerl, der da hinten. Der da hinten stand. Den hab ich fast, äh... übersteht. Ah! Hast du noch? Oh, hinteraus. Oh, ja, ja. Liegt tot. Ah, Killserie aufgehalten. Ah! Sie töten mich, sie töten mich, sie töten mich. Du wolltest wissen. Dies wolltest wissen. Achtung. Da ist er schon, da sind sie schon. Oh Gott, spawn bei mir. Leg mir den Medipack. Gern die Ecke. Ah, der hat mich. Ja, ich hab ihn noch. Mit der Magno. Oh Gott. Das ist ne 44er Magno. Der Ballermann ist außerordentlich gefährlich. Ich brauch bloß zu drücken und er reißt dir den Arsch ab. Ich kann mich nur absch slapen. Losext wird es colder. chưa blünkt. Wir sind gepl tongue und müssen einen ordening zu entspannen. Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn du hier rumläufst, also du läufst ja nicht. Wir sollten uns nicht gehen. Oh Gott, wie das aussieht. Du hast auch keine Waffe in der Hand. Ecke. Auf, auf, auf. Ja, zu E, okay. Achtung, da komm ich. Links hat Ecke, das Design. Ah, ah. Ja, bei mir waren auch nicht. Dort. Okay, da sind noch welche an der Ecke. Ja, das war einer. Hab ihn. Ah, ich mach ein Kitz-Switch mit ihm und dann belebe ich dich wieder. Wo bist du? Ja, ich weiß jetzt nicht mehr auf der Mess. Okay. Habe ich den August wiederbelebt. Ach gut, sehr gut. Aber auch selten, hier ist noch einer. Hier links direkt. Ja, wir müssen jetzt mal... Geh aus, wir müssen jetzt hier mal links lang, wo willst du überall lang? Ja. Hinten war irgendwo der Spieler. Achso. Achso. Ich hab richtig gelaufen für diesen Krieg hier. Hoffentlich kommt danach eine coole Infanterie mehr. Das hätte ich jetzt blöd. Da hinten läuft einer. Ist der noch da? Wo ist der? Ja, der ist noch... Also... Nee. Nee, irgendwie nicht mehr. Zu G ist ja einer gelaufen. Oben? Oben? Ja. Einmal getroffen. Äh, ganz viel getroffen. Er ist wirklich tot. Ich hab vorhin einen Smallkill gekriegt. Eine Minute später. Ich bin rumgelaufen, plötzlich so... Weder hätte ich die Small in der Hand noch irgendwas plötzlich... Smallkill. Oh, ganz verrückt. Auto ist platt. Oh, ey. Das sind wir hier von hinten. Kommt der Tank wieder von rechts, Vorsicht. Wir laufen nicht, aber das heißt... Oh, ja. Mit der Aftung. Marvin, danke. Oh, oh. Der Tank schießt hier hin. Ich verpiss mich hier. Nicht gut. Das ist ganz schlecht. Komm mal unten rein, da bist du noch von hinten. Ist einer geschaffen gerade. What? What? Da lag einer. Ah, ja. Ich sehe ihn. Also... Ja. Einer klettert hoch. Ah, bei mir ist einer. Ah, der hat mich. Wie du hast ihn. Geil, sehr gut. Da ist noch einer. Oben, Vorsicht. Brauch Matt. Okay, danke. Komm von hinten. Okay, ich hab den unten. Okay, ich hab den unten. Gamer GTX. Wieder der Gamer? Ja. Ich camp jetzt hier oben auf dem Dach. Okay, ich geh ihn schon mal ein bisschen ein Stück vor. Ich guck rechts. Pusche mal nach rechts weiter. Da seh ich mich ganz viele. Ja. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Fuck, ich war fein zu uns. Da kommt noch einer raus. Ja. Sehr schön. Hoop dich. Hol dich, hol dich. Okay. Nein, wie gut. Achtung, kommt noch einer rechts. Geh über die Beute. Rat mich, scheiße. Vorsicht, der ist noch da. Der kommt jetzt. 10. Nee, ich bin tot. Er ist tot. Ich komm zu dir. Ja. Oh, geil. Perfetto. Okay, jetzt kann ich mein... Mein Kit wieder... Ich will mein Kit wieder. Ah. Oh, fuck. Oh, scheiß. Oh, Gott. Ich guck noch auf mein Kit. Ja. Komm, fahr mit mir Buggy. Ja. Ja. Kommt nämlich schon der Heli. Oh, hier sind direkt in den Fernseher, oder? Hier sind welche abgesprungen, genau. Ich fahr hier ein Stück zurück. Müsste jetzt auf 12 Uhr... Da sitzt 12 Uhr. Pass auf, ich fahr hier so, dann fahr ich hier oben. Da ist er, da ist der Erste. Ah, Mist. Tötet ihn. Da ist er. Messer ihn. Ja, sehr gut. Achtung. Okay, ich fahr hier wieder ne... Ah, jetzt hab ich den Michel verloren. Ja, ist okay. Ich glaub den Typen hat dir krass getötet. Ja, ich bin schossgackt. Ja, die wollen mich töten. Ah, die wollen mich töten. Da sind noch 3, noch andere. Habt ihr einen? Da ist noch einer. Guck der, der Schimpf war... Colombo. Hey. Oh, ich bin tot, ich bin tot. Nein, auch nicht. Oh, geil. Der Gamer GTX wieder. Just one more thing. No, Lieutenant. There is no just one more thing. Äh. Und ich töte dich. Moment. Ah. Ah, vorsichtig. Was? 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 Nein, nein. Der hat mich nicht umgefahren. Ich wollte gerade so... Ich kann nicht reparieren. Aber ich wollte so mit dem RPG... Hopp. Hopp gedrückt. Und der RPG hat nicht geschossen. Da ist er wieder. Ah, jetzt schieß er auch noch daneben. Ach, du blöder Scheiß. Da ist er. Das er wieder gekommen ist. Oh, mein Gott. Okay, warte mal. Nimm mich mal mit. Ich kann ja als Gunner für dich... Aber ich kann dich reparieren. Nur, dass du bescheidest. Scheiß Gebäude. Da ist er. Ja, hab ihn. Genau da ist er. Genau da ist er. Achtung, links. Okay. Da ist keiner. Ah, fang hier gerade aus. Hallo. Hallo, Mr. Wand. Ah, das sind... Oh, Tanks sind... Ja, da hinten, ne? Sehe ich sein Türmchen. Oh, ja. Oh, unsere Helix übernehmen die schon. Ja! Nein! Ja, du hast die getroffen. Sehr schön. Ja! Nein! Ja! Das war super. Oh, das ist irgendwas... Okay. Gut. Das ist die Beifahrteste von der Seite. Ja. Das ist die Beifahrteste von der Seite. Ja. Das ist die Beifahrteste von der Seite. Ah. Oh. Oh. Oh, das ist der. Oh, das ist der. Though oft he has sought, like Igarus, to fly too high, and far too lonely, than he ought. To kiss the sun, of east and west. And hold the world at his behest. To hold the terrible power, to whom only gods have lust. But me, I am just a man. And Don't hold the sinners. I am just a man.